Und jetzt dürfen sie alle wieder beruhigen, abseits, die Szene ist abgepfiffen, ja, das wäre hier um eine Haare ein Tor geworden. 60 Sekunden gibt es noch als Nachspielzeit, viel geht also nicht mehr. Das könnte die letzte Gelegenheit sein, wenn sie jetzt treffen, gewinnen sie das Spiel, da lege ich mich fest. Angel Correa, Latte, aber die Chance lebt noch, er trifft die Latte. Wir hören den Schlusspfiff mit diesem Remis. Wir hören den Schlusspfiff mit diesem Remis.